Hallo liebe Zuschauer von FUNKTUM TV, herzlich willkommen zum Erklärvideo für die Zauberstaubfaust. Die Zauberstaubfaust, auch als Glitzerfisting bekannt, wird zur Begrüßung also als Ersatz des langweiligen Handgebens oder auch zur Bestätigung zum Beispiel eines guten Witzes benutzt. Erfunden wurde die Zauberstaubfaust im Juli 2013 in Berlin und verbreitet sich seitdem in ganz Deutschland. Und so funktioniert die Zauberstaubfaust. Zuerst werden zwei Ghettofäuste gemacht, die explodieren, der Zauberstaub fliegt runter, dann wieder hoch und es endet im High Five. Und nun bitte alle mitmachen. Zuerst machen wir eine Ghettofaust. Beim Aufprall der anderen Faust explodiert sie und es fliegt der Glitter bzw. der Zauberstab runter. Da es aber ein magischer Zauberstaub ist, fliegt er wieder hoch und verwandelt sich in ein High Five. Und nun probieren wir das in normaler Geschwindigkeit. Das üben wir aber nochmal ein paar Mal. Außerdem gibt's die Zauberstaubfaust auch schon bei WhatsApp. Faust, Glitzer runter, Glitzer hoch und High Five. Super! Und nun wo Sie wissen, wie diese absolut trendige Gestik funktioniert, tragen Sie diese in die Welt hinaus. Und beim nächsten Mal lernen wir den Zauberstaub-Sex. Tschüssi! Und wenn Sie unbedingt machen, wie diese Senf-Mor encuentri directionen können Sie diese in die Haupturweigen.